Doch die Hamburger Beamten sind davon wenig beeindruckt. Die vorgetragenen Ermittlungsergebnisse seien nur vage Hinweise, nichts Belastbares finden sie. Pannhusen ergreift noch einmal das Wort. Hamburg habe noch keine Lieferketten ausermittelt, die Beweislage sei zu dünn. Die anwesenden Cum-Ex-Experten aus Berlin und NRW sind überrascht über die merkwürdige Hamburger Rechtsauffassung, wundern sich über die Vehemenz mit der Pannhusen und ihre Begleiter auf ihrer Position verharren. Pannhusen ist ihrerseits irritiert. Später wird sie notieren, das Ministerium sei nicht interessiert an Einzelheiten zum Sachverhalt oder rechtlichen Feinheiten. Schließlich ist es Ralf Möhlenbrock, der die Debatte beendet. Sein Eindruck hat sich bestätigt, die Differenzen sind unüberwindbar. Noch einmal erklärt er den Hamburgern, dass Lieferketten nicht nötig seien. Es reiche der Dividendenlevel, also die Erkenntnis, dass die Höhe der Gewinne ohne die Steuererstattung gar nicht möglich gewesen wäre. Dann folgt eine unmissverständliche Ansage. Machen Sie den Sack zu. Montag, 20. November 2017 Es ist schon dunkel, als Christian Lindner in Berlin vor die Kameras tritt. Die ideologischen Unterschiede zwischen FDP und Grünen sind groß, zu groß. Nun steht der FDP-Vorsitzende mit seinem Team in der Nacht und will Entschlossenheit ausdrücken und Geschlossenheit. Nach Wochen liegt immer noch ein Papier mit zahllosen offenen Fragen, Widersprüchen und Zielkonflikten vor, sagt Lindner. Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine gemeinsame Vorstellung von der Zukunft unseres Landes und vor allem keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten. Und dann kommt der entscheidende Satz, der sich in das kollektive Gedächtnis einbrennen wird. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Die Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition sind gescheitert. Die Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition sind gescheitert.